Ja, also hier sind wir an einer Stelle, da fand die schlimme entscheidende Schlacht des Deutschen Bauernkriegs statt, Thomas Münze. 6.000 Menschen sind gestorben, aber es ist eben tatsächlich die ewige Geschichte der Menschheit, in der es ja nun mal immer um was ging. Macht, Eroberung, Leid. Tja, hoffentlich kriegen wir es irgendwann mal besser hin, Schmelle. Was meinst du? Und noch passiert.